Wo ist der kleine Scheißer hin? Ich dachte ja, der läuft ja schon dran vorbei, also ich würde das in dem Fall dann schon so machen, dass er mal... Du kannst dich nicht verstecken, Junge! Ja, pass auf. Wir können dir die Situation immer wieder neu machen. Wir holen jetzt erst den Schlüssel. Ist der da noch drin? Gesehen hat er mich ohne nicht. Der bestimmt hier gleich vorne raus irgendwann. Ich komme! Hartzahn! Da drinne gerade. Ich muss den hier herlocken, dass der mich hier schlägt. Damit würde das da vielleicht zerbrechen. Wie sagt man so schön? Ein Mann Familie? Immer Familie! Der macht nur seine Kreise da drinne. Warum? Da weißt du, dass ich rein muss. Warte, wenn du mir nicht riechen kannst. Warum stehst du vor mir? Ich kann ja nicht mal an dir vorbei, Mann! Okay, das hilft so nicht. Okay, das bringt so nichts. Das war jetzt ein ganz beschissener Start, weil wir jetzt äh... Nicht Nutella, sondern Nichella. Nicht Nutella, sondern Nichella. Antike Münze, mhm. Der Rasenmäher sieht aber nicht so antik dafür aus. Der Rasenmäher sieht aber nicht so antik dafür aus. Ich weiß nicht wie viel... Oh, wir sind ja richtig böse verletzt. Immer hier. Gelb. Hm. Trotzdem. Nicht Nichella. Gieschella. 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 Da steht irgendwas. Gieschella... Gieschella. lieft furchtbar die brauchen ja auch nicht mehr die wäsche waschen karte des haupthauses wartet d z r g h v ist ja okay es hat uns eigentlich jetzt nicht wirklich gebracht wird gemacht haben nur dass wir nach unten gekommen sind hat bei der aufteilung gerade nicht verstehe ist der zimmer der großmutter ist vor dem freizeitraum der führerschein könnte nützlich sein mit dem könnte man theoretisch ein papier zerschneiden theoretisch er soll man poet wieso na der führerschein könnte nützlich sein das ist raus aber warum denn was ist das denn hier flüssige chemikalien diese flüssigkeit auch immer her jetzt der typ die flasche auf immer hat aber er hat eine Münze haben wir den führerschein haben wir jetzt dabei ein bisschen munition wird gerade ein bisschen kann man noch mal kombinieren mit was okay telefon schon wieder so wir speichern jetzt einfach mal wenn wir noch mal hier sind und jetzt alle dürfen wir haben einfach noch mal warst du schon in der garage ich war noch nicht in der garage dietrich ah das müllt mir auch das inventar voll natürlich richtig kacke gerade wenn das jetzt auch noch mir mein inventar voll müllt kann man sehen was man noch kombinieren kann so das ist so furchtbar riecht mich damit einschmieren dann riechen die mich nicht das wäre zwar übel eklig aber wäre eine variante ist da irgendwo eine matschpfütze oder so von dem du in der du baden kannst oder ein schweinestall schweinestall der ist hier sowieso überall was ist das denn aufzieht das ist was zu trinken wenn ich das hier so richtig ach nen schotten rein rein zieht das sieht schon richtig eklig aus wir können nicht mal freiwillig trinken das ist ja man 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 so okay so wir müssen ja trotzdem wieder raus äh zutaten sprechen für sich Wieso war das denn da drinnen? Wieso war das denn da drinnen? Wenn sich draußen nichts bewegt, solange ich nicht richtig rausgehe, wie die Tür geschlossen ist? Voll Spaten, Alter! Guck mal! Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex. Verlier nicht. Er ist wichtig. Reizendes Mädchen. Reizendes Mädchen. Das ist ein langs normale Klebeband. Könnte ich dir easy mit den beiden hier so zack, Alter. Immer durchgeschnippelt damit und fertig ist der Salat. Hiermit genauso. Boah, ich kann es nicht. Nee, das finde ich zu heftig. Tschüss.